ARD Text im Auftrag von Funk Er hat Alzheimer im Anfangsstadium. Er bekommt jetzt einen Platz bei uns, aber es ist alles extrem kurzfristig. Moment, Moment. Er kommt nicht zu mir. Ich leide jetzt, wo wir zusammenleben. Wir leben nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen, bis du deinen Heimplatz hast. Er sagt, wir sind alle schafsichern. Wenn wir ein Problem haben, sollen wir reinladen. Was gab's schon? Ich weiss. Dein Sohn. Ich verliere mich irgendwie selber. Du hast ein Haus in Fessin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Rider Jack calling for Pancho Paul Ground Control asking for more Rider Jack calling for Pancho Paul Long ago, long ago, so long Du musst uns zeigen, wie wir durchfahren, um ins Ferienhaus zu kommen. Ein bisschen dunkel, oder? Scheser Produktist. Er weiss es nicht. Ich wollte nie einen schlechten Vater sein. Wäre es mir gut? Okay! Dein Vater ist super. Ich kann ein bisschen gehen, aber zwei Minuten können. Ryder Jack.